Och, ständig diese Geister hier. Eieieiei. Ja, herzlich willkommen zum 50. Part von Let's Play Champions of Regnum. Ja, die fünfte Season. Öh. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen speziell heute. Ja, eben wegen 50 Parts spezial. Ich bin ja einer, der macht immer in den Schnapszahlen 33, 66, 99 und dann irgendwie 120 und was. Wir machen vielleicht 122, aber ich denke, äh, was ist das nächste? Ah, ich. Einfach das nächste. Ach komm. Auf jeden Fall, oh, wir haben, oh, die Egen. Wir wollen jetzt eigentlich zu den Syrten und sie ein bisschen trollen, aber, naja, komm schon, hä. Wir gehen mal ein bisschen helfen. Wir sind doch so brauer, super Baban. Wir machen 1131er Crits. Das ist einfach perfekt. Ach komm. Wir finden das Wort noch. Gehen zwar immer falsch, aber. Hm. Ja. Ich freue mich riesig. Und, ähm. Ja. Solche Parts sind natürlich immer toll. Und ich werde wahrscheinlich auch öfters wieder solche Parts machen. Im Twell-Weid. Ich werde eigentlich halt in jeder Schnapszahlen Part machen, der lustig ist. Aber vor allem möchte ich halt die 50, ja, 25, also 30 war es, 50 und 100 Parts auch gerne lustig machen, oder? Und deshalb mache ich die auch lustig. Nein. Ich bin sowas von OP. Ich gehe mitten rein. Die sterben. Der Friedhelm. Der Friedi-Florin. Florin. Freddy. Freddy-Florin ist gestorben. Nein. Gib mir den Ritter. Ich möchte ihn. Ach, dieser Feigling haut ab. Hm. Ich muss aber auch ein bisschen abhauen. Was ist jetzt? Ist der Afka. Komm jetzt, Friedi. Ich brauche deine Hilfe. Das ist immer so lustig. Ähm, ich habe doch irgendwo diesen... Ich habe ihn nicht dabei. Scheiße. Ach komm, wir gehen weg. Wir sind überhaupt noch nicht in diesem Level. Genau, der weiße Wolf tut einfach mal ein bisschen ab. Ich gehe jetzt hinten doch. Ganz leise. Kurz zufrieden. Der ist Afka. Ich gehe ganz leise zufrieden. Da ist der Regen. Da. Ach, ich habe mal ein. Ich muss ihn kurz mal weg. Die ist doch schön. Da, ich kann schon mal weg. Was ist denn los? Irgendwie buggt alles. Buggt? Äh, buggt. Es buggt. Es buggt. Was ist denn los? Dieses Spiel geht immer mehr kaputt. Ist zwar ein Aas. Verhöhnen. Ähm... Ja. Ich mach mal das so. Das. Ja, das brauche ich nicht. Jubeln. Hinknieren. Applaudieren. Tanzen. Handkuss. So. Schön. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich ja nicht. Hey, ich kann doch mit dem Emmer die ganze Zeit... Ey, was ist los? Ach, wahrscheinlich auch wegen Kampfmodus. Noch mal schauen. So scheiße gemacht, wieso muss man auf dem Reit hier im Kampfmodus sein? Endlich geht's wieder hin. Gott, oh Gott, dieses Spiel. Naja. Bringt nichts. Wir gehen weiter. Äh, das ist AFK die ganze Zeit. Hahaha. Ich weiss, dass du das Video schaust, dann mach ich's doch so. Hahaha. Tropi Tango. Der tropische Tango. Aha. Also jetzt machen wir mal ein bisschen Trolling. Gehen hier runter wieder. Genau, über diese Brücke da. Und trollen noch mal so ein bisschen das Wind von den Syrten. Und vielleicht gehen wir noch ins PvP, in die PvP-Arena, wenn wir es überleben. Aber wir werden es wahrscheinlich... Oder wir gehen zuerst in die PvP-Arena. Genau. Ich bin ja einer der perfekte PvP kann. Deshalb, kein Problem. Ich hab auch den stärksten Charakter. Ja, die Geister. Sie machen Wall Dance. Geister Ewigkeit. Ewigkeit, dumm. Ewigkeit, Geister. Hm, 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 hm. LOL. LOL. Mist. Hahaha. Ich wollte doch rüber. Die haben da unten auch noch eine Ohrklauber. Ist das ein anderes Ohrklauber? Gehen wir mal vorbei. Gehen wir mal vorbei. Ich trau mich jetzt einfach mal. Sonst gehen wir nochmals da hin. Hi. Die. Immer diese blöden Wall, ähm, Brückenwächter da. Die Nimmere, die die Wächter der Brücke spielen. Dass man ja nicht vorbei kann. Dass man ja nicht vorbei kann. Jetzt muss ich mal gucken. Das interessiert mich, was da unten ist. Ich kenne die Map halt nicht mehr so gut. Weil ich ja, ja, ich spiele ja nicht durchgehend immer wieder. Vergiss man jetzt noch einige Zeit, wie das war jetzt. Seit dem letzten Jahr. Mhm. Hm. Okay. Gehen jetzt unter der Brücke durch. Wir sind ja so ein Barbar, der sich eher auf Assassinen spielt. Da müssen wir uns ein bisschen Assassinenartig verhalten. ein bisschen Assassins Creed spielen. Und, ähm, ja, was macht so eine Assassine? Hm. Dumm herumreisen. Na, wer die Spiele kennt, weiss ja so, wie das geht. Aber ich spiele auch noch ein bisschen Ninja. Also noch, noch besser. Das Perfekte wäre, wenn es ein Ninja-Spiel gäbe. Das wie Assassins Creed sein soll. Aber nicht von Ubidoff ist. So, hm. Hat von einem Entwickler auch, der relativ gut, äh, entwickeln kann. Also auch die negativen Sachen halt auch mal entfernt. Ich finde, Assassins Creed hat halt einfach zu viel, etwas mit Story zu tun. Man hat immer wieder nur die Missionen. Man kann wenig anders machen. Ist ein bisschen blöde. Aber, ähm, ja, vor allem das, ähm, vor ein oder zwei Jahren aktuelle, jetzt weiss ich nicht, wie es heisst, wo man das alte England, da im alten England ist. Das fand ich richtig cool. Noch. Aber eben alles nur Story. Die ganze Zeit immer nur Story. Das ist ein bisschen blöd. Wir sind gar nicht hier. Hm. Mysteriös. Vielleicht müssen wir in die Zukunft wieder. Eine andere Zeit auswählen. Wir sind hier falsch. Auf jeden Fall. Keine Leute hier. Okay. Wir werden jetzt direkt durchs fernte Land. Durchs Feindland marschieren und... Mal gucken. Es ist halt wenig los heute. Wir sind alle in den Ferien. Wie immer. Wie Tag und Nacht. Hm. Es wird sowas von genial, wenn es klappt mit so vielen Leuten. Ich habe jetzt wirklich einen Top-Clan und, ähm, ich möchte am liebsten noch, ähm, eigentlich jetzt schon beginnen, aber ich brauche einfach mehr Leute, die auch mit mir zusammen dann, ja, etwas machen, oder? Dass ich aufnehmen kann, dann gut oder so. Und dann richtig losige Sachen machen. Das ist das Beste. So. Hier ist wieder dieser Ding. Es gab ja... Ich glaube, das war der 30. Part oder so. Auf jeden Fall um dieser Ding. Da habe ich mich ja hier umbringen lassen. Durch einen Wächter. Und der hat mich in, ähm, ähm, ein Ria getötet nochmals, später. Das habe ich, glaube ich, gar nicht aufgenommen, weil ich es nicht erwartet habe. Und dann nochmals in Trelleburg. Haben die mich einfach umgebracht. Also der Wächter. Der war so verpackt. Ich möchte da gerne das nochmal produzieren und es nochmal aufnehmen. Also gehen wir nochmals kurz hier hin. Da ist Fimte Trag. Bring mich um. Ja, bring mich um. Nein, bring mich um. 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 Gut. Hoffentlich geht's. Wir reißen jetzt einfach mal wieder zu Many. Ganz stilvoll. Stil. Also stilt voll. Jetzt geht das Reit hier wieder nicht. Mä 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 mä. Danke. Stilvoll. Wir gehen oben doch. Lady Mar Mar heisst doch Mare heisst mehr Was heisst Mar? Aber ich glaube nicht auf Spanisch Das ist eher Französisch, oder? Ah nein, das ist Italienisch Ich glaube es ist auch Spanisch Das ist die italienische Mare Also das ist Französisch und Italienisch Auf jeden Fall Ja, verstehe ich den Namen jetzt gar nicht Mar Was ist Mar? Wir gehen oben durch, oder? So ein bisschen Ich glaube hier sind überall die Ecken Ich bin ja einer, der möchte Keine Krips geben Den Ecken Und den Eisen Ah, den Süßen Den Eisen geht ja nicht Und Deshalb müssen wir sich erst die Haft schenken Hier ist den Stein Der Stein ist perfekt für uns Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt richtig überleben Und spielen ein bisschen Bear Grylls Bear Grylls Er lässt den Wolf töten Indem er ihn in den In den Stein rein schubst Beschwört Wir haben ein Problem Wir kommen hier nicht runter Dann mache ich mir dran Ich kann nicht mehr reden Ich kann nicht Akzents reden So, perfekt Hier kann uns niemand erreichen Schlafen wir eine Runde Schön eingedeckt Zwischen diesen Zwei Bäumen Hier können wir Perfekt Tarnen Machen wir lieber so eine Sprache Aber scheinbar will Dieser Ding mich nicht mehr töten Ich glaube es war sogar Der falsche Wächter Ich traute mich nicht mehr Nach links Hm Müssen wir nochmals gehen Fragezeichen Es könnte alles passieren Tja Hm Naja Oh Bah Bin ich müde Regnung Immer wenn ich Regnungs spiele Bin ich müde 760 Wir schaffen das Wir kommen hier runter Ja Wir sind unten Mist Es geht halt wieder Ein bisschen länger Aber Hier müssen wir das schaffen Sturz 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 7769 Schaden Okay Schilddurchbohrung Heisst das nicht Schilddurchdringung Ist das ein anderer Skill Still Schilddurchbohrung Eigentlich glaube ich Heisst das so wirklich Schilddurchbohrung Aber eben Es ist ein Extrem Damage Skill von diesem Mächter Sind böse Vielleicht Ich glaube Das ist darum Dass Das Ritter nicht Besiegen gehen Oder so Denken gehen Das könnte sein Oh Schau Schau Der Master Wir gehen jetzt Oben durch Ich habe Lust Ich finde es toll Steep Steepskill Steepskill Wieso haben nur die Jäger Weißt du Die Jäger haben Mega OP Steepskills Oder Also die können Also die können auch Spiele suchen Aber die Barbaren Nicht Weil die Barbaren Nur Stumpfe Barbaren sind Wie sie früher Einfach bekannt Waren Aber Dadurch fehlt Champions Of Regnum Einfach Ein Richtiges Stilf Charakter Hm Ich habe ja mal Gesagt Ich würde am liebsten Ein eigenes Regnum Machen Entwickeln Lassen Oder so Und Wenn ich das jetzt Wirklich Machen würde Dann würde ich Ein Antikes Realistisches Regnum Machen Also Nicht so viel Fantasy Wie ihr es so Denkt Aber Mit Mythischer Mythologie Also dass es auch Wehrwölfe Oder so gibt Haben sie in der Griechischen Mythologie Auch schon gehabt Aber So richtig Einfach Ja Dass es einfach So mega Realistisch ist Es muss ja nicht Im Kampf Oder so So realistisch sein Aber einfach Richtig Cool sein Und Ich würde am liebsten Das jetzt schon Entwickeln Aber Ich habe kein Geld Ich habe kein Wissen Über Games Also Kein Ja Kein Entwicklerwissen Sozusagen Aber dafür Habe ich Wissen Von Games Und Für Games Und ich würde Schon nutzen Und deshalb Ja Suche ich auch noch Eine Entwicklerstudie Wo ich Wo ich denn das Mal Nennen kann Oder Vielleicht Sollte ich mal Mit den Gofig Entwicklern Reden Piranha Bytes Weil die Machen jetzt Dieses El Wie heisst das wieder Ja vor allem Der Nachfolger Von Riesen 3 Und Elo Oder Elso Das ist Komischer Name Und vor allem Das wäre Eigentlich Die perfekten Entwickler Die können Das What Moment Ja Diese Pfeifen Hey Rufen mich Einfach An Einfach Abschalten Und solche Pfeifen Anrufen Das sind so Werbemacher In der Schweiz Sehr bekannt Dass es einfach Zu viele Firmen gibt Die Werbung Machen Und Ich rede Immer mit Denen So Ja Sie sollen Aufhören Sondern sie Hören nicht Auf Es ist Wahrscheinlich Auch nicht So richtig Ja Wie sagt man So schön Einfach Ignorieren Weil sie Geld Brauchen Heutzutage Kann man Ja nur Noch Über Werbung Geld Verdienen Sind so Arme Leute Sklaven Der heutigen Gesellschaft Ja also Und so ein Spiel Das wäre Einfach das Grösste Für mich Zum Beispiel Peter Pai Macht ja auch Spiele Also ja Ich selber Auch nicht Ja jetzt soll Er nicht Hey Pfeife Lass mich Doch einfach Ich werde Dich töten Was Er ist noch Er ist noch Unmöglich Hey Lass mich Lass mich Diese Pfeife So eine Pfeife Der hat Angst Vor mir Ich dachte Mich Ich dachte Wirklich Es kommt Ein Jäger Aber jetzt Kommt So ein Hexer So peinlich Okay Slash Snake Pit Ich schreibe Den mal auf Der ist Mein Opfer Wenn ich Level 60 Bin Slash Der hat Mich einfach Ignoriert Wenn mich Jemand Ignoriert Kommt er Auf Die Todeslist Ähm Ähm Tö 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 Tät Hy Pfer Prima Prima So Das geht Nicht Wenn man Hüpfer Tötet Man darf Hüpfer Nicht Töten Die sind Wichtig Hüpfer 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 Oh je 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 Also jetzt möchte ich noch ein bisschen erzählen Ähm Über das Spiel Was ich jetzt so Denke Was ich denn so gerne Hätte machen würde Also jetzt Seht ihr auch die Karte Und ähm Ich würde gerne ein Achteck machen Und an jeder Ecke Würde ich dann ein Reich Hintun Und jetzt zum Beispiel Sparta nehmen Äh 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 Athen Ähm Troja Und zum Beispiel Das Das Volk von Kreta Mit dem Mit der Pyro Äh Mit dem Labyrinth Und so Mit dem Tauren Labyrinth Labyrinth Und die dann also Die Eigenschaften Von diesen Völken Und die Monster Und so Hintun Und danach Möchte ich gerne Ähm In der Mitte Überall Forz Und Ja Es können auch Städte Dörfer Und Schlösse Sein Und Ja Burgen Und die kann man dann Erobern Die gehören niemanden Hier Gehören sie immer jemanden Aber Im Im Gebiet Wo dann die sind An den Ecken Würde ich dann Verschiedene Forstner machen Die natürlich auch Denen gehören Und dann Mache ich das so Dass eben Man als Krieger Sich anmelden muss Und nur dann Wird man angegriffen Und ähm Sonst wird man nur Überfallen Oder so Und kann Natürlich keine Warmaster Können Oder so Überbekommen Also Eine Ähnlichkeit Wenn man nicht Ist Aber wenn man Ist Krieger Dann Also einfach Soldat Sag ich jetzt mal Dann Dann bekommt man Das was ich jetzt hier Abspielt Passt halt nicht Wir müssen das Antike machen Und ähm Jetzt haben wir zum Beispiel Die Ähm Die Spartaner Und die haben Recht gute Nahkämpfer Also Sperrkämpfer Und Haben wie zum Beispiel Im Film Troja So richtig Gute Boote Und Belagerungsmaschinen Und Die kämpfen Gegen die Trojaner Wir machen einfach mal Den Film nach Und ähm Ja Ja Dann machen wir so Wir gehen nach Troja Und Wir müssen natürlich Das alles taktisch machen Wenn wir Das nicht taktisch machen Dann dürfen wir An der Schlacht Nicht mehr teilnehmen Wenn wir Taktisch Das machen Dann werden wir Belohnt vom Reich Als Grosszieger Als Taktiker Und so Und Wenn wir da nicht Taktisch sind Werden wir nicht Belohnt vom Volk Und so weiter Und das würde dann Viel besser Einen Krieg Darstellen Als jetzt zum Beispiel In Reignum In Reignum ist es so Es gehen 10 Leute Zu 10 Leute Da gibt es einen Mega langen Kampf Weil alle sich heilen Und alles mögliche Und es ist Relativ langweilig Aber es macht So viele Menschen Einfach glücklich Darum ist das Spiel Überhaupt noch erfolgreich Oder Und wenn man das schafft So zu machen Wie ich es jetzt Gesagt habe Dann Bekommt man Wahrscheinlich Eine extreme Ja Fangemeinde Oder Und das Das erhoffe ich Auch mit meinen Spielen Dann Ich möchte So viele Spiele Wie möglich Machen Natürlich Aber jedes Spiel Immer supporten Und weiterentwickeln Und wenn das Entwicklstudio halt Dann mal Gelb Bracht Dann kann ich Ihnen das Geben Aber eben Ich muss ja auch Erfolgreich Im Ähm Ding sein Im Sport Oder Ich bin nun mal Relativ Unges- Also Ja Krank Oder Ich habe eine Krankheit Also ich habe Mehr Krankheiten Ich bin einfach Ein bisschen Schlechter Als andere Sportler Aber das heisst Ja nicht Ich kann Da nicht Ein bisschen Gelb Verden Leider gibt es In der Schweiz Keine Behinderten Ja nicht Behinderten Aber Ja wie sagt man Einfach Diesen Ja Parapletics Oder so Da misse ich Eigentlich auch Nicht hin Aber wenn es Irgendwie Eines gäbe Zwischen Parapletics Ich habe ja Nichts Kaputt Oder falsch Oder so Nein ich habe mich Jetzt töten lassen Ähm Ja Einfach für Kranke Leute Die irgendwie Etwas haben Diabetes Krebs Oder irgendwas Haben Oder Es gibt einfach Keine solche Und Deshalb Komme ich auch Nicht viel An Geld Der Hanfi Ist wieder Hier Hallo Hanfi Hanfi Ja okay Ähm Auf jeden Fall Bleibe ich ja Eben dran An diesem Let's Play Ich werde 500 1000 Parts machen Und Dann mal schauen Nein Nein Heute streame ich Nicht Mir geht es Nicht so gut Habe Fieber Und eben Eine Krankheit Ist wieder Ein bisschen Problematisch Äh Ja Schwitze Extrem Stor Boah Auf jeden Fall Ja Können noch Ein bisschen Machen Ja ich denke Ich mache Den Part Jetzt ein bisschen Weniger Lange Ich erzähle Euch noch Ein bisschen Ähm Ja Auf jeden Fall Es ist halt Mein Traum An einem Spiel Mindestens Einem Spiel Einfach Mitzuarbeiten Und dann Eventuell Wenn ich Erfolg Habe Wirklich Weitermachen Es gibt ja Viele Leute Es gibt ja Zum Beispiel Den Äh Molyneux Der hat jetzt Zwar nicht mehr So gute Spiele Gemacht Es gibt einfach Leute die wissen Hat recht viele Spiele Machen gute Spiele Und so weiter Und ich möchte Irgendwie auch So ein bisschen So etwas sein Und Eventuell auch Eine Spielfigur Sein Also einer Der In den Spielen Auch Irgendwie ist Und Ja Vor allem Ja freue ich mich Einfach so riesig Auf So etwas Weil ich Mir einfach Ständig Gedanken mache Wieso Die Entwickler Zum Beispiel Hier in Regnum Nicht so viel Machen Wenn es doch Einfach viel Mehr gäbe Könnte Und ähm Also Regnum Könnte noch Tausendmal Besser werden Das würde noch Tausendmal Mehr Leute an Leute anlocken Aber vor allem Ist es genial Dass ihr Mein Let's Play Schaut Und auch Mit Ja Meistens auch Mitmacht Je nachdem Wer es ist Und das ist Wichtig schön Und toll Auf jeden Fall Weiter so Ähm Und Wie es dann aussieht Wenn ich dann Eine Entwicklerstudie habe Das kann ich mir Fast nicht erahnen Ich kann mir Ich mache mir Natürlich schon Gedanken Aber Das Beste ist Die Leute sind Meistens immer Ein bisschen anders Als man es sich Vorstellt Und das ist so schön Ja Und dann würde ich Zum Beispiel Ja Einfach mal Einen Entwickler Anschreiben Und fragen Ob sie ein bisschen Offen sind Ob sie irgendwas Was ist das für Ein cooles Speer Ist ja mega Genial Auf jeden Fall Würde ich Ja denen sagen Ob sie Lust haben Mir Etwas zu Entwickeln Oder so Wenn nicht Würde ich denen Dort für mich Ein bisschen unterstützen Ähm Wenn ich das Geld habe Kann ich die dann auch Mit Geld unterstützen Natürlich Eventuell kann ich auch Über Geld Übers Let's Play Wenn ich sowieso genug Geld habe Über Let's Play Oder so Auch Denen auch geben Also Als Dank zum Beispiel Für Von euch Und Ja Vor allem Finde ich es cool Dass die meisten Leute Jetzt auf YouTube Es akzeptiert haben Dass ich halt einfach Jetzt wieder Geld brauche Und Es über YouTube Holen muss Dass ich einfach Werbung machen Muss Finde ich auch toll Wenn ihr die Adblocker Abstaltet Und die Werbung Ganz schaut Zum Beispiel Oder so Aber Jedem Das Seine Aber auf jeden Fall Ist es eben Das Geld Wird nicht verschwendet Viele YouTuber Geben das Geld Für irgendwie Alkohol Oder sonst irgendwas aus Ich tue es eben Nur für Games Also dass ich Games Kaufen kann Die ich ja auch Let's Play Natürlich Andere Games Kaufe ich nur so Also ohne das YouTube Geld Und Ich würde Was wollte ich So Meine Konzentration Ist ein bisschen Amarsch Sorry Aber ja Auf jeden Fall Würde ich das Geld Eben für Games Und Ja Eben unterstützen Von Entwicklern Spenden Eventuell auch Dass ich euch Irgendwie Vor Realist Sachen Zeigen kann Hat ja auch ein bisschen Geld in den Entwicklern Geben oder sonst irgendwas Aber das werde ich Jedes Mal sagen Wann ich so etwas mache Und Ja Also Also Das Wichtigste ist einfach noch Dass ich die Entwicklern Unterstützen werde Weil Viele Entwickler Haben einfach Immer Das Problem Dass die Spiele Zu kritisch Angesehen werden Ich bin einer Der Nennt Die Kritiken Die ich jetzt so Empfinde Immer in den Let's Plays Das merkte ich vielleicht Oder Regnum hat Immer wieder Ein paar Probleme Die halt einfach Jeden Spiele Angehen Die halt einfach Da sind Die ganze Zeit Das ist so Das Problem Aber Aber Ja Ich kann es noch spielen Ich müsste die Kritik Eigentlich gar nicht haben Habe ich ja auch nicht Aber Frebs macht Probleme Ich kann keine Videos mehr hochladen Loll Ja Zum Beispiel Stream geht es nicht so gut Open Broadcaster Software Hat Probleme Mit Champion zu Frecken Naja Ja Ich glaube ich habe jetzt genug gesagt Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen Ich werde im 51. Part Dann noch ein bisschen mehr erzählen Und am 66. Part Wenn ich dann auch ein bisschen höher bin Werde ich dann sicher Lustigen Parts machen Hm Wenn ihr Ideen habt Bitte schreibt es mir Per PN Also ihr geht in meinen Kanal Dann in Über mich glaube ich Heißt es so Also vor allem bei mir Heißt es über mich Aber Einfach dort Wo ich geschrieben habe Wie mein Kanal so ist Wie fast ganz hinten Und dann dort Ähm Gibt es dann einen kleinen Button Irgendwo Wo ihr dann Per PN Mich schreiben könnt Dann bitte Per PN schreiben Was ihr so vorstellt Was ich machen könnte Ich habe zwar Mehr Ideen Aber Ja Es müsste halt etwas besser sein Aber Ich hoffe es jedenfalls Es reicht sonst Nun gut Ja Dankeschön für den Schönen Part Und Ja Nächster Part Kommt vielleicht heute Abend schon Nein Nein Aber es werden sicher wieder mehrere Parts kommen Pro Tag Aber Ja Wenn ich dann wieder ein bisschen gesünder bin Keine Äh Keine Fieber mehr habe So Der Karussellbremse Matti Vega Orient GP Cobra Alisirium Der Buster Der Buster Ich glaube man kommt von hinten hoch Hüpfen Rauf Bin aber immer kleine Charaktere Dann habe ich da manchmal Mühe Gabriel bekommt man nicht Geh Ich mache jetzt den Part noch ein bisschen länger Das Problem ist Da kommt man hin Aber nicht mehr hoch Ja Es ist Wahnsinn Es ist einfach viel zu Sensibel Naja Ich Ich gebe es auf Hier kommt man glaube ich auf Hier Nein es geht irgendwie nicht Man hüpft zu wenig hoch Aber auf jeden Fall Ähm Ja je nachdem Nach welchem Charakter man nimmt Nehmt mal ein Ähm Ja einfach diese Pelztiere Und probiert es selber mal Könnt auch aus Level 1 Charakter Hierher kommen Also Dankeschön für's Schauen Bis zum nächsten Part Tschüss